Okay. Ja, lass auf den gehen. Die haben noch bisschen Eisen. Geht der rennt weg, komm, komm. Ja, komm, 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 komm. Bin da. Durch den Bow. Ja, komm, ein Schlag noch oder so. Yo, Leute, ein herzlich willkommen zu Minecraft. Crazy Walls. Oh, ihr habt's gehört. Ich bin nicht alleine. Der Quantum Blaze ist mit am Start. Wie geht's dir? Hallo, mir geht's perfekt und super und crazy. Und natürlich quantastisch. Ja, ich wollte's grad sagen, ne? Hat er hier sein eigenes Sprüchchen entwickelt, ne? Genau. Richtig krasser Dude. Krass am Sein, Bean. So, was ist das Spielprinzip von Crazy Walls? Das Crazy Walls-Prinzip, ja, ähm, wolltest du jetzt sagen, ne? Das kannst du auch du machen, wenn du willst. Mir egal. Ja, also ihr seht hier, grüne Wände, die werden, wie ihr rechts auch seht, in 3 Minuten 50 fallen. Und ihr seht dann auch noch rote Wände, die fallen dann etwas später. Das heißt, man wird erst zu anderen Teams gelassen, muss die platt machen und dann im Endmatch nochmal gegen die restlichen Gewinner von den anderen Ecken antreten. So, und genau, dann kauft man sich noch mit den ganzen Erzen hier Sachen bei dem Villager oben. Interessiert es jetzt, ob da hinten auch das ist, aber ich glaub nicht. Ne, okay. So, hier, da oben ist noch Gold und drauf achten, dass du die ganzen Erze auch einsammelst, ne? Ja, ja, ich mach dir nochmal schnell zu, weil da ist mir grad Redstone reingefallen. Ja, Redstone ist ziemlich geil für Level. Hm, das brauchen wir auf jeden Fall. So, ich hol mal direkt hier das Secret wieder. Ne, ich geh mal hier rein und hol das da. Ja, komm. Hopp. Okay, nicht so geil. War hier schon ein bisschen besser. So. Ähm, ich hab grad geguckt, aber die Erzverteilung ist tatsächlich nicht immer gleich. Ne. Gut, dann kümmerst du dich noch um das ganze Eisen wieder. Wär ja auch irgendwie blöd, ne? Weil dann würdest du den Modus die ganze Zeit spielen und dann so, ah, okay, ich muss da hin und das, hm, okay. Weißt du, wie ich mein? Ja, ja, macht schon Sinn. Ja, okay. Nur weil ich halt vorhin gesehen hatte, dass das Gold an derselben Stelle war, wie ich es schon mal erlebt hatte. Ja, gut. Ich denke mal, das hat halt so einen Rhythmus, wo es auftaucht. Ja, so ungefähr, so ein bisschen verschieden immer nur. Genau. Aber irgendwann kann es halt schon sein, dass es mal an der gleichen Stelle ist, ne? Also, ich hol das Diaschwert direkt, ne? So, dann rüsten wir uns so aus. Du brauchst nochmal. Also, ein Ding gibt es noch. Eine, äh, Kiste, scheinbar. Okay. Also, ich stand grad dran, dass du die siebte von, von acht gefunden hast. Okay, interessant. Ich hab nicht gesehen in den Chat, also. Einmal mit, wie es arbeiten. So, ich kaufe mir direkt mal ganz viele Level. Und ich versuch, das Schwertgut zu verzaubern. Jo. Da haben wir noch Eisen. Da haben wir noch. Level acht. Fire Aspect und Unbreaking. Ja gut, jetzt kein Sharpness, leider. Ich geb dir mal das eine letzte Gold noch, was ich hab, damit du dir auch ein Schwert kaufen kannst. Ähm. Ich hab noch sechs Gold, ne? Ja, ja gut, gut, dann kannst du ja das holen und. Also Diamant, ne? Genau, genau, genau. So. Also, dann kaufe ich wieder Rüstung. Genau, das machst du. Und. Eins, zwei. Ich sammle mal nebenbei wieder noch so ein bisschen Strings. Okay. Wenn ich da rankommen würde. Ja, bau dich doch hoch. The green walls will fall in one minute. Nice, auf jeden Fall. Gut, ich brauch noch ein bisschen Erfahrung. Genau, so, warte mal, dann hol ich mir jetzt die Rüstung ab. Perfekt. Und verzauber die auch direkt. Ich glaub, ich mach das mit meiner auch. Weil wir haben, wie auch schon zu sehen, war nicht mehr viel Zeit. Ja, gut, hab jetzt zum Teil Projectile Protection immer drauf. Ne, das bringt nicht so viel, ne? Ja, gut, halt gegen Dings, ähm, Pfeile. Schusssicher, nice. Ach, stimmt, ich hab's ja gerade auf Deutsch. Hast du noch ein paar Strings? Ich könnte mir doch noch einen Bogen kaufen, ganz schnell. Ja, ich hab noch welche, hier. Okay, 16 Sekunden. Äh, das da. Haltbarkeit. Gut. Ne, Magamix, okay. Zwei haben Schutz, eins. Äh, Stia schwirrt noch schnell. So, warte mal, ich schmeiß mal die unnötigen Sachen weg und dann... Schärfe, nice. Ja, okay, ich hab halt Feuer und keine Schärfe. So, jetzt muss man aufpassen, da hinten sind direkt wieder die Gegner. Ich baue den Verzauberungstisch ab. Jo. Jetzt hast du den eingesammelt, ist aber auch egal. Ähm, wir sind beide kampfbereit. Ich hab einen Bogen, muss ich mir merken. Und da hinter uns kämpfen sie schon in einem anderen Areal. Und heute wird keiner auf uns direkt gehen, zum Glück. Ja. Ja, wir könnten uns ja mal hier hinten ein bisschen langsneaken. Aber wir könnten einfach den, ihren Zaubertisch klauen. Haben die einen weniger. Ja. Guck mal in die Kiste, ob da noch was drin ist. Nee. Nee, hier unten. Haben die das Secret? Haben sie ja, okay. Aufpassen, da kommt wer aus der Mitte. Okay. Ja, lass auf den gehen. Die haben noch ein bisschen Eisen. Jeder rennt weg, komm, komm. Ja, komm, 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 komm. Bin da. Durch den Bau. Ja, komm, ein Schlag noch oder so. Boah, jetzt, er wollte seinen Goldapfel essen gerade. Richtig geil. Ja, ich hab den Gold. Das heißt, du hast einen Goldapfel. Ja. Okay, pass auf, ich bin hinter dir. Der andere ist ja auch noch irgendwo. Lass mich mal schnell sortieren. Ja, ja, der andere ist noch unten in der Höhle. Okay. Ich bin jetzt in der Leitstelle. Ja, da kommt er jetzt gerade hoch. Dein Essen ist voll. Mein Essen ist voll, ja. Oder ich weiß gar nicht, verliert man hier überhaupt Essen? Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht, weil Essen kann man sich ja eigentlich nicht kaufen, ne? Ja, genau, gut, dann versuchen wir jetzt mal auf den zu gehen, bevor die großen Walls noch fallen. Jo. Das scheint relativ gut zu laufen. Jawoll, nice. Was, äh, was hatte der für ein Schwert? Der hatte ein Diamantschwert mit Schärfe 1. Dann gib mal her. Ja, bitte. Alter, der hatte, der hatte noch zwei andere Diamantschwerter, drei sogar. Ja, gib, äh. Schärfe und Haltbarkeit 1. Kann man sich, ach scheiße, man kann sich hier keinen Unboss holen. Fuck. Tja. Ähm, dann lass noch mal hier runtergehen und gucken, ob die hier noch irgendwas Sinnvolles haben. Zum Beispiel ist Redstone für mehr Level. Und eventuell, ob sie Gold übersehen haben. Haben wir jetzt die ganzen anderen Gegner in unserem Biom getötet? Ja, das war der letzte. Und jetzt können wir uns hier unten ein bisschen verstecken und gucken, dass, okay, das haben sie hier auch schon, interessant. Und halt gucken, dass, ähm, wir hier ein bisschen länger überleben. Weil alle, die jetzt hier noch sind, haben auch nochmal heftiges Equipment. Deswegen, ich bin hier immer noch... Ich hab ja auch, äh, zwei Köpfe jetzt, ne? Ach, du hast die Köpfe, stimmt. So, warte mal, ich komm mal zurück zu dir. Ähm. Ich sammle noch ein bisschen Eisen. Mach das, mach das. Ich glaub, da oben kommen welche. Okay, ich dachte halt, es gibt hier noch eine Amboss, aber das gibt's, glaub ich, nur bei dem Super Special Crazy Obermodus. Aufpassen, da kommt direkt einer. Achtung, Achtung, Achtung. Hier, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ich hab nicht mehr viel. Ich bin fast tot. Nein! Shit, shit, shit. Okay, ich hab's überlebt. Ja, okay, dann musst du das jetzt noch schaffen. Da liegt noch lauter Stuff. Ja, ich seh's. Die Aschur direkt anziehen, nimm dir vielleicht mal ein Feuerschwert und so ein Zeug. Die Ahelm liegt da auch noch. Alles einsammeln. Ja, ich versuch's, ne? Okay, jetzt. So, Deathmatch beginnt in 30 Sekunden, das heißt, die Map wird sich langsam von außen hin nach zur Mitte verkleinern. Auspassen, da kommt einer. Ja, schade. Schade, schade, schade. Aber die Runde war schon ganz gut. Die war echt nicht schlecht, ne? Ich weiß nicht, wollen wir noch eine hinten dranhängen, oder? Hm, wie lange gehen die jetzt? Ja, so 8, 9 Minuten. Können wir eigentlich lassen, oder? Können wir so lassen, dann, ja gut. Dann würde ich sagen, wenn's euch gefallen hat, zeigt's in deiner Bewertung. Schaut beim Quantum Blast vorbei, er ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und wir sehen uns dann in einer anderen Folge Minecraft irgendwas. Bis dahin, haut da rein. Willst du noch was sagen? Ich wollte noch ciao Leute sagen. Ciao.